Grüezi und Hallo! Ich halte einen Vortrag zum Thema, was bleibt noch Corona? Und keine Angst, es geht nicht primär um Corona, sondern was haben wir daraus gelernt? Ich möchte gerne einen Erfahrungsaustausch machen. Ich zum Beispiel habe gelernt, dass man bei einem Online-Meeting viele Dinge beachten muss. Zum Beispiel, dass ich jetzt direkt in die Kamera sehe oder ausdrucksstark mit Mimik spreche, dass es etwas lebendig tönt oder dass die Beleuchtung gut sein muss und ich ein gutes Mikrofon habe. Und by the way, ich stehe hier, ich sitze nicht, dann habe ich natürlich eine andere Präsenz. Das ist ganz was anderes, als wenn ich sitze. Und diese und weitere Tipps möchte ich euch mitgeben. Zum Beispiel auch, wie man hier so ein Logo reinbekommt. Hintergrund wisst ihr, aber ich habe da noch ein paar Tricks auf Lager. Aber ich möchte vor allem auch von euren Erfahrungen profitieren dazu. Und alle Details, die stehen unten und ich freue mich, wenn du auch dabei bist. Bis bald. Ciao.